Cool, Tom. Du benutzt Magneten. Hi, Jungs. Es gibt einen versteckten Schatz in Car City? Und ihr braucht Toms Hilfe? Es gibt einen Schatz in Car City. Es gibt einen Schatz in Car City. Es gibt einen Schatz in Car City. Wow, die Erfindung ist ein Radar. Lasst uns ein paar Schätze finden. Der Schatz muss hier am Strand vergraben sein. Super Arbeit, Tom. Deine Radar-Erfindung funktioniert. Und hier ist definitiv ein Schatz vergraben. Das ist aber komisch. Jetzt zeigt er in Richtung Rennstrecke. Irgendetwas stimmt nicht mit dem Radar. Unternehmt etwas, Tom. Jungs, stopp! Der Radar führt euch direkt ins Wasser. Der arme Baby Rocky ist traurig, dass sie den Schatz nicht gefunden haben. Tom, unternimm bitte etwas. Mit diesem Radar finden wir den Schatz nie. Fühl dich nicht schlecht, Tom. Du hast es versucht. Du bist ein großartiger Erfinder. Du findest eine andere Lösung. Du hast es versucht. Kopf hoch, Jungs! Tom hat diesen Magneten erfunden, um euch zum Schatz zu führen. Geh voran, Tom! Er führt dich in Richtung Pier. Schätze! Der Schatz von Cassidy! Gut gemacht, Tom! Deine Erfindung hat den Tag gerettet. Wie wär's, wenn wir den Schatz wieder vergraben, damit ihn jemand anderes finden kann? Das ist der perfekte Platz, um den Schatz zu verstecken. So, der wird schwer zu finden sein. Außer man hat einen Erfinder wie Tom, der einem hilft.